Entschuldigung, ich... ich hab's dir nicht... Naja, es ist ja alles heil geblieben. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, ich hab's dir nicht... So hat es angefangen. Verbotene Liebe. Mit der allerersten Folge. Der aller allerersten Folge. Und heute, meine Lieben. Unsere Liebe. Unsere Liebe. Sind wir hier, um das mit euch zu feiern. Ja, der 18. Geburtstag der verbotenen Liebe. Aber jetzt lassen wir Bilder sprechen, oder? Ja. Mal's ab. Mal's ab. Mal's ab. Mal's ab. Mal's ab. Mal's ab. Ich versteh nur nicht, wieso... Wieso will uns alle Welt auseinanderbringen. Jan, Julia ist deine Schwester. Lass uns schwimmen. Julia? Julia? Julia! 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 Geiz auf! Nein! Geiz auf! Geiz auf! Geiz auf! Geiz auf! Ich habe gesagt ein! Geiz auf! Geiz auf! Geiz auf! So, meine Liebe, das Spiel ist aus und zwar endgültig. Versuch dich. Ach, Quatsch. Komm, hilf mir mal hiermit. Mir hilft dir auch keiner. Bring dich in Sicherheit. Ich lass dich nicht verlangen. Bis das der Tod und Scheid ist. Oh, 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 oh. Und natürlich möchte ich, dass du glücklich wirst. Mit dem richtigen Mann. Und der bin ich. Tochter? Ja. Wir bekommen ein Mädchen. Ist das nicht toll? Schätzchen, die Reise kann beginnen. Ich liebe dich. 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 Ich liebe dich, wenn du nichts mehr in deinem Mann bist. Ich liebe dich. Ach, das ist ein großes Wort. Johannes hat mich jahrelang gelogen. Er hat mich abgeschoben. Jetzt ist er an der Reihe. Was versprichst du dir davon? Es ging mir wirklich nicht um Geld. Dann spende es eben. An eine Stiftung für den verarmten Adel. Der war nicht ganz schlecht, oder? Ansgar, Dominik, Johannes, Graf und Lahnstein. Wie soll ich mir das denn alles merken? Indem du einfach Ansgar zu mir sagst. Okay. Wie gesagt, Ansgar reicht völlig. Das können wir heiter werden. And do I want to see what I've seen? To undo what has been done? Turn off all the lights. Let the morning come. Is that it for you? I don't know what I have seen. You can do that. What the hell? I want to see what I've seen. Hot legs! Am I love you? Am I love you? Am I love you? Willst du wissen, warum ich so bin? Weil ich mich gerade in dich verliebe. Und das ist das letzte, was ich jetzt will. Okay, jetzt komm schon, ich das herrn, du die Klaus. Du Dreckskerl. Ihr dürft euch jetzt küssen. Und sie dürfen ruhig klatschen. Der Tag gehört nur uns. Nur dir. Ich liebe dich. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Ein hoffentlich sehr, sehr, sehr langes Leben. Ich bin ein hoher. Ich bin ein hoher. Ich bin ein hoher. Ich hab ihn einen hoher. Ich bin ein hoher. Tear my yellow dress and cry, cry, cry Oh, what a love, baby Der Vater hat mir die Brunnen auch nochmals gejagt. Sie hat mich fast erwischt, aber ich muss dich nochmal wiedersehen. Oh, Gott. Für dich, Baby. Das tun echte Kerle eben, aber das solltest du wissen. Ja, aber was ist, wenn er uns abfängt? Dann schieß ich uns den Weg frei. Let's kick raus jetzt, du kleiner! Eis, Eis, Baby. Eis, Eis, Baby. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass ich mich jemals ändere? Ehrlich gesagt, nein. Nur, dass Sie da verdammt einsam sind, nicht wahr? Oder sehen Sie hier noch jemanden? Alsheimer. Sag schon, was ist los mit dir? Ich freue mich einfach auf das, was vor mir liegt. Gut. Tschüss. 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 Ach du. Es ist soweit. Es ist so schön, da wo ich hingehe. Arno, Arno, hör sofort auf, dich zu verabschieden, hörst du? Ja, hör sofort auf, dich in alles einst, wie mich zu verabschieden. Ich schau zurück auf eine wunderschöne Zeit, war's die Zuflucht und die Wiege meines Seins. Hast gekämpft und jeden Moment mit mir geteilt. Ich bin stolz, auch jetzt an deiner Seite zu sein. Ja, 4.287 Folgen. Vom 2. Januar 1995 bis heute, 24. Mai. Ja, da kann es ja auch mal vorkommen, dass sie ein Wumms oder eine Entschuldigung doppelt. Das können wir uns doch eigentlich mal ansehen, oder? Ja. Mats ab. Entschuldigung. Sorry. Jetzt, wir müssen. Ich hab raus. Ja, wir sind stolz auf die 100.000 Sendeminuten, die vor Elbis lang gelaufen waren. Und auf die Minuten, die noch folgen werden. Wir sind stolz auf euch. Auf uns? Ja. Und das Beste ist, aus unserem Baby ist eine große, strahlende, unverwechselbare Show geworden. Und alles Gute braucht seine Zeit. Und jetzt, verehrte Damen, meine Herren, liebe Gäste. Liebe Fans. Liebe Schauspieler. Allerliebstes Team. Lassen wir die Sau raus. Frei nach dem Motto, zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Moment, Moment. Einen Augenblick Geduld, bitte. Hier geblieben? Da kommt doch noch was. Denn jetzt, wo VL erwachsen geworden ist und so richtig aufgeblüht, wollen wir euch und Ihnen ganz exklusiv zeigen, was VL noch zu bieten hat auf dem Weg in die Zukunft. Okay. Okay. Is your love strong enough? Like a rock in the sea. Lassen wir einfach Mode sprechen. Ich bin Juri Adam. Neuer Designer bei NCM.